Der Herr Direktor der weiblichen fünf Minuten gerecht hätten. Was machen Sie denn hier? Ich passe auf, damit keine fremden Damen hier hereinkommen. Mit dem Ritt eines liebenden Mädchenherzens. Ach, Sie lieben, Raymond. Da sind wir ja Konkurrentinnen. Wir sind Konkurrentinnen. Und jetzt beginnt der Konkurrenzkampf. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass in meinen Adern korsisches Blut fließt. Na und? Wissen Sie, was das heißt? Korsika? Sie haben wohl einen Klaps vorlein. Eine von uns beiden Damen ist zu viel auf der Welt. Raymond, Hilfe! Was ist denn los? Die Schlaumpfenserin ist verrückt geworden. Sie sagt, sie wäre eine Korsin und sie will mich mit dem Dolch... Also Ruhe, 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 Ruhe. Sie ist keine wilde Korsin, sondern eine freche Kröte. Und das ist kein Dolch, sondern ein Brieföffner. Und jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Darauf können Sie sich verlassen.